Hallo und herzlich willkommen zurück zu White Day. Wir waren ja letztes Mal hier stehen geblieben und haben endlich die Quest geschafft, oder die Aufgabe geschafft, den Safe zu öffnen. Da war ich richtig richtig glücklich drüber. Jedenfalls müssen wir aus der Schule verschwinden. Alter! Ey, diese Geräuschkulisse, die ist total der krasse Wahnsinn. Auf jeden Fall hört man laufend irgendwie auf Toilette oder auch woanderswo immer Geräusche. Und ich frag mich, was hier los ist. Klar, die Schule ist in dem Sinne, naja, verflucht kann man nicht wirklich sagen. Aber hier spukt's definitiv. Das kann man sagen. Wenn jetzt wirklich sehr komisch gewesen, hätten wir den Geist gesehen. Aber, ne. Gut, ich weiß nicht genau, wo wir hin müssen. Ist auch eigentlich völlig wurscht. Ähm, wir werden jetzt nach oben gehen, weil ich denk mal... Da werden wir... Was war denn das gerade? Ach, egal. Da werden wir bestimmt irgendwas finden. Mach die Düre zu. Ui. Warum ich übrigens laufen mit dem Feuerzeug bewaffnet bin? Tja. Das könnte ich euch sagen, aber das mach ich nicht. Okay, es gibt hier mehr als eine, äh, ja, mehr als zwei Etagen. Okay, da brauchen wir auch wieder einen Gegenstand. Das ist die gleiche Barriere, die ich bereits im Hauptgebäude 1 gesehen habe. Da ist ein Automat. Haben wir eigentlich eine Münze? Ich hab ja eigentlich genug Zeug, aber ganz ehrlich... Ja, wir haben relativ viel, aber ist mir eigentlich wurscht. Ich werd sowieso wieder was verbrauchen, wenn ich... Was nehmen... Muss... Ich mach jetzt alle Türen auf, ne? Ist mir jetzt scheißegal. Ich dachte immer, man würde irgendwas sehen, aber nur Scheiße ist. Wollen wir das Spiel übrigens leicht ruckelt? Könnte an meiner Aufnahme liegen? Ich weiß es nicht. Ey, ich hör schon wieder Geräusche. Okay, ich werd mal ganz kurz im Rucksack was nehmen, ne? Sowohl an mich haben wir noch zwei. Alter, die Geräusche sind echt der Wahnsinn. Ich wiederhole mich, aber ist mir eigentlich egal. Dann werden wir mal kurz die Gegend untersuchen. Für all diejenigen, die wie gesagt neu auf meinem Kanal sind, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, worauf klicken könnt, um euch meine Videos anzusehen. Zumindest, wenn ihr mich unterstützen wollt. Alter, was ist denn das? Ein sehr merkwürdiges Bild, ne? Ich seh da was leuchten. Ich kann übrigens auch das Licht ausmachen, ne? Ich hab ja ein Feuer. Ich bin manchmal ein bisschen doof. Da haben wir ein Dokument. Oh, Beruhigungspillen. Bis jetzt brauchten wir die, glaub ich, noch gar nicht. Vielleicht kommt's ja noch. Na? Schatzsuche. Ich habe einen neuen Hinweis zum versteckten Schatz des Musiklehrers entdeckt. Eines der Gemälde im Hauptgebäude soll einen Schlüssel enthalten, der den Raum öffnet. Ich bin so dicht dran, diese Schatzsuche zu gewinnen. Ich fühle es. Okay. Fragt sich nur, in welchem Schrank? Vielleicht in dem hier? Hm. Ich würde übrigens nicht wundern, wenn irgendwann mal, wenn wir die Tür aufmachen, dass da ein Geist hockt, ne? Alter, hab ich grad einen Schlüssel gekriegt. Da ist auch ein Gegenstand. Optiklinse. Brauchen wir die vielleicht noch? Da ist so ein, ähm, Pen. Ein Stift zum Mal. Hallo. Hä? Okay, da ist nix. Okay. Es ist gleich nochmal. Sollte ich vielleicht mal das Licht ausmachen? Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, wenn wir überall das Licht liegen lassen. Oder anlassen. Wir lassen es ja nicht liegen. Unten war auch ein Computerraum, ne? Ich glaube, den müssen wir demnächst dann auch mal näher untersuchen. Ich höre irgendwie die ganze Zeit Geräusche. Also, die Atmosphäre ist wirklich verdammt gut gelungen, ne? Wir können die Entwicklern. Da kann man sagen, was man will. Da können wir übrigens die Tür nicht aufschließen. Aber hier. Wow. Alter, was war denn das jetzt? Ein verstaubter Haufen nicht abgeholter Gegenstände. Brauchen wir vielleicht eine Leiter? Weil das Baby hat irgendwas angeguckt. Einen gewissen Gegenstand. Ich konnte es nicht richtig erkennen. Weil ich sonst spiele ich im Hellen und... Da oben, oder? Warte mal. Ich mach mal Licht kurz an. Wenn es geht. Da oben. Ich weiß nicht, mit was es zu tun hat. Oh, hier ist auch ein Füllstift. Ah, sehr nice. Gehörte das jetzt da... Aufgabe? Ich weiß nicht. Es gibt gewisse Sachen... Ereignisse, die ereignen sich halt, wenn man bestimmte Sachen erledigt hat. Und manche halt nur so, per Zufall, ne? Alter, hör auf! Wartet mal. Wo ging es eigentlich hier lang? Da kann ich die Türen nicht öffnen. Gut. Bis jetzt ist sonst auch der Hausmeister nicht auf dem Fersen. Was ich sehr gut finde. Das könnte sich nur ändern. Hier soll also der... Schlüssel sein. Bilderschnipsel 2. Wow. Wie anders das Bild auf einmal wirkt. Da hab ich den gewissen Gegenstand noch nicht. Entweder finden wir den oben oder unten. Ich weiß übrigens heute auch nicht, wie weit ich kommen werde. Alter, es geht noch weiter hoch. Alter, wie soll man sich das eigentlich alles merken? Hier kann ich speichern. Gut. Hier ist übrigens eine Uhr. Nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Der Typ ist hier... Ich weiß nicht, ähm, ob der uns gehört hat. Aber ich hab auf jeden Fall den Schlüsselbund klappern hören, ne? Alter, was war denn das für ein Geräusch? Okay, der Hausmeister läuft irgendwo lang. Kommt der jetzt hier rein? Das wär mega demnig. Nach, jetzt. Ich werde noch ein Geräusch mit danach haben. Ja. Da geht's jetzt. Ich werde jetzt auf den Schlüsselbund oder fast auf den Schlüsselbund. Okay. Da geht's. Da gehen wir mal an. Dann können wir mal ein Geräusch. Ich werde hier mal ein Geräusch. Dann kann ich gar nicht mehr. Da geht's wieder mal. Da geht's. Ja. Da geht's. Also auf Toilette habe ich bis jetzt noch nie irgendwas gefunden. Und es hat noch nicht mal gespukt hier. Oh, was ist denn hier? Eine Sojamilch. Die können wir gut gebrauchen. Besonders lang ist das Spiel im Übrigen nicht. Also nach ein paar Stunden sollten wir es eigentlich durchgezockt haben. Alter, 30 Gramm Gewicht. Da war das 30 Gramm Gewicht drin? Nee, doch nicht. Ich habe übrigens mein Feuerzeug immer griffbereit, ja. Alter. Okay, ist das Herr im Klo? Ich glaube ja, ne? Gut, hier könnten wir speichern. Ich werde es auch übrigens mal tun, weil, wenn irgendwas passiert, habe ich hier einen Speicherstand, ne? Übrig. Aber dann zwei Filzstifte weniger. Ach, was soll's, Mann. Was soll's? Da ist gar nichts. Können wir eigentlich bei der Uhr irgendwas tun? Naja, kann ich nur nach unten wandern und die Uhr halt offen lassen. Da wird bestimmt irgendwann mal ein Rätsel geben, da muss ich irgendwas an den Uhren bewegen. Die Tür kann ich nicht öffnen. Wir sind fast auf dem Dach. Ich hätte vielleicht mal die Schlüssel kombinieren sollen, ne? Ich habe jetzt Schlüssel, mehrere. Und ich glaube, ich muss sie kombinieren, um diese Türen hier zu öffnen. Wurde zumindest ein Sinn ergeben. Oh, hier ist ein Dokument. Finde meinen Körper. Es war so heiß, dass man kaum mehr atmen konnte und die Heuschrecken zirpten wie verrückt. Die Vorarbeiter an der Baustelle zur Verbindung des Neubaus mit dem Hauptgebäude war vor allem genervt. Seiner Ansicht nach war das ein sinnloses Projekt, aber da er dafür bezahlt wurde, würde er sich nicht beschweren. Nach dem Mittagessen knallte die Sonne noch heißer herab und die Hitze begann vom Asphalt aufzusteigen. Die Bauarbeiter protestierten, es sei zu heiß zum Arbeiten. Der Vorarbeiter war zugleich neidisch und erbost über das dreiste Verhalten der Arbeiter. Doch er sah ein, dass es zu heiß war. Der Vorarbeiter ordnete eine Pause an. Die Arbeit ging ohnehin nicht voran und es würde der Sache nicht deutlich dienlich sein, meine ich. Wenn ein Arbeiter jetzt auch noch einen Hitzeschlag erlitt, die Arbeiter verzogen sich in den Schatten und schliefen prompt ein. Doch etwas eignete sich, als sie alle schliefen. Ein lautes Knacken schallte über den Campus. Es klang, als sei das Bauregerüst durch das Sicherheitsnetz gekracht. Immer noch im Halbschlaf nahmen die Arbeiter keine Notiz davon und drehten sich einfach um. Der Vorarbeiter konnte sich so etwas nicht leisten, sollte tatsächlich etwas geschehen sein. So war er verantwortlich dafür. Er schrie seine Arbeiter an, das Sicherheitsnetz zu überprüfen, doch sie taten, als hörten sie ihn nicht. Genervt entschied der Vorarbeiter, die Aufgabe selbst zu übernehmen. Die Arbeiter waren froh, als er alleine davon marschierte. Plötzlich schrie der Vorarbeiter laut auf, gefolgt von einer unheimlichen Stille. Die Arbeiter sprangen auf und liefen auf dem Vorarbeiter zu. Dieser stand starr vor Schreck vor einem grausigen Anblick. Dort, wo das Gerüst durch das Sicherheitsnetz gefallen war, lag die Leiche einer Frau. Nur hatte die Leiche keinen Kopf. Die Vorarbeiter und seine Arbeiter erkannten die Frau zugleich als eine Mitarbeiterin eines nahegelegenen Restaurants. Aus dem Sumpf ihres Halses ergoss sich dunkles, rotes Blut über dem Boden. Der Vorarbeiter und seine Arbeiter arbeiteten schweigend und schnell. Es war das erste Mal, dass sie so gut zusammengearbeitet hatten. Obwohl sie überall suchten, konnten sie den Kopf nirgends finden. Durch versteckten sie die Leiche im Zement und schickten den Block an die Abteilentsorgungsanlage. Er schien, als hätten sie den Vorfall perfekt verschleiert. Außer ihnen würde niemand wissen, was geschehen war. Alter, nee, das ist mir zu lang jetzt. Also auf jeden Fall haben sie den Körper anscheinend einbetoniert, den Kopf nicht gefunden und irgendwas wird bestimmt passiert sein. Also irgendein Unfall wird sich ereignet haben. Macht nur einfach mal Sinn. Oh Leute, ich muss jetzt gleich wegrennen, ne? Na, du Sack! Er hat mich getroffen. Aha. Ganz beruhig hinterher rennen. Das macht gar nichts. Alter, wie schnell ist der denn? Haha. Und tschüss. Tschüss. Ich bin nicht wirklich weitergekommen, ne? Also ich habe zwar ein paar Gegenstände gefunden und so. Aber was ich jetzt genau tun muss, das weiß ich halt immer noch nicht. Ich muss jedenfalls hierhin kommen. Das macht ja natürlich auch Sinn. Und ich muss wahrscheinlich Schlüssel miteinander kombinieren. Das werde ich auch übrigens tun, ne? Und dann werde ich mich mal unten umgucken. Mal sehen, was passiert. Hier sind doch alle Türen offen. Warum kann ich denn hier nichts miteinander kombinieren? Warum geht das nicht? Ich verstehe es nicht. Ist das ein Bug? Ey, ich verstehe es nicht. Okay, hier leuchten Schlüssel und die anderen leuchten nicht. Macht das für euch irgendeinen Sinn? Ich kann ja auch das Ding anfassen, wie ich will, ne? Ich kann die Schlüssel miteinander nicht kombinieren. Also habe ich irgendetwas eventuell vergessen? Ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich schon ein bisschen Shit, ne? Also bin ich jetzt völlig umsonst hier langgerannt. Hat sich der Stuhl bewegt? Ne. Och Mann, ey, du gießt mir so derbe auf den Sack, Junge. Gehen anderen auf den Nerv. Also wisst ihr, Leute, das ist das Einzige, was ich nicht verstehe in dem Spiel. Der ist echt überall, als ob der wüsste, wo ich langlaufe. Ich meine, klar, man kann Schritte hören, wenn jemand rennt. Aber das ist ein bisschen zu sehr übertrieben, ne? Dass der uns von, was weiß ich, für einer... Jetzt ist der da hinten, ja, nee, ist klar. Telefon klingelt. Und er hat Licht ausgemacht. Ich frage mich immer noch, was für ein Telefon aus ist, ne? Oder hier klingelt. Stecknadel. Oh, was? Was war denn das jetzt? Alter. Das hat sich ja mal richtig eklig angehört. Okay, hier sind irgendwelche Kursmaterialien. Hätte ich das nicht letztes Mal eigentlich schon alles eingesammelt? Also mitunter speichert das Spiel nicht ab, ne? Was ich bereits hier eingesammelt habe und was nicht. Okay. Okay, das ist immer noch hier. Also wie kann der eigentlich von dem Ehen in den anderen Ort kommen, ohne dass er da langgelaufen ist. Das ergibt für mich leider auch keinen Sinn. Ich kann ja sicher teleportieren oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist ein bisschen übertrieben gemacht. Na. Okay. اح. Okay. Ja Leute, ich bin ehrlich gesagt verwirrt. Ich brauche auch mehr Schlüssel. Da ist eine Schulmünste, die können wir gut gebrauchen. Ja, wo müssen wir jetzt dieses Titel hin? Ich glaube nach ganz oben. Einen anderen Weg, oder ein anderer Weg fällt mir jetzt auch gerade ehrlich gesagt gar nicht ein. Der Hausmeister ist nur überall und nirgendwo. Könnte also minimal schwierig werden. Boah, ich dachte gerade, da sitzt jetzt jemand. Ich habe was gehört, Leute. Okay, unterm Bett kann ich mich wahrscheinlich nicht verstecken, ne? Das hatte ich glaube ich letztes Mal auch schon untersucht. Komm, steh auf. Ach, ich brauche noch die andere Linse. Alter. Das ist mal richtig mies. Und ich glaube dafür kriege ich den Zugangscode. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in den paar Minuten schaffe. Okay, jetzt renne ich nach ganz oben. Ich hoffe, der ist da nicht. Hier war ich nämlich noch gar nicht, so auf der Etage. Alter, es geht noch höher. Oder war ich hier doch schon? Ne, da hinten liegt was und das hat nicht eingesammelt. Alter, wir haben so viele Schulmünzen, ne? Ich glaube, die werde ich jetzt mal aufbrauchen. Und zwar hole ich jetzt ein paar Sachen. Also einmal eine Sobermilch. Danke. Dann irgendwas Großes zum Essen. Kann ich nicht. Okay. Kann ich jetzt noch so ein Gegenstand? Eine Münze habe ich doch noch da reingepackt. Okay, sie ist nicht da. Keine Ahnung. Waren wir hier schon mal? Ich sehe hier nicht durch, ne? Ist auch eine Sogermilch. Okay. Ist normal. Es ist richtig normal. Der Typ ist selbst hier, ne? Oh, da ist ein Dokument. Was ist das denn? Oh, ja, nee. Ist klar. Irgendjemand hat jetzt gerade ausgepustet. Wer auch immer. Okay, ich habe eine konservierte Spinne aufgenommen. Für was auch immer. Ich mache langsam Fortschritte. Aber nur halt langsam, ne? Okay, jetzt mache ich mal kurz Licht an. Okay. Das scheint so weit wie ein Chemieraum zu sein, so wie es aussieht. Ich werde noch einen Raum absuchen und dann abspeichern, wenn ich irgendwo einen Speicherort finde. Wenn nicht, werden wir einfach da beim nächsten Mal weitermachen. Da können wir nicht rein. Da auch nicht. Ey, hier waren wir doch. Dann habe ich anscheinend die eine Tür nicht angeguckt, weil ja der Hausmeister wahrscheinlich um die Ecke geschlichen ist. Ja, sorry Leute. Ich würde natürlich gerne noch längere Folgen machen, aber es geht einfach von meiner Zeit her nicht. Und hier kommen wir nicht raus. Ja. Ja. Aber der kommt hoch hier, oder? Ey, das ist echt Mist. Also hier kannst du denn nichts machen. Ja. Okay, ich habe ein paar Gegenstände. Ich wollte mir das jetzt mal angucken. Also wir haben Bilderschnipsel 2. Lösungsmittel, Werkzeuggürtel, Feuerzeug. Okay. Das sind wichtige Gegenstände. Und ihr seht ja, wir haben auch die Gewichte haben wir noch übrig, ne? Also ich habe keine Ahnung. Kommt der jetzt hier hoch? Oh Junge, gehen wir woanders hin. Okay, gut. Ich dachte jetzt schon, ne? Die Frage ist, Alter, was soll ich denn jetzt hier eigentlich tun? Das ist für mich manchmal ein bisschen merkwürdig. Das Spiel ist einfach, also nicht schlecht. Versteht es jetzt nicht falsch. Aber es ist halt komisch aufgebaut. Klar, man kann jede Menge Zeug finden. Jetzt kommt der jetzt hier hoch, oder was? Alter, das ist doch Kacker. Boah, habe ich den Schreck gekriegt, ey. Ey, wenn der jetzt weiß, wo ich bin, dann ist echt merkwürdig. Alter, Leute, ich bin, nee, ich bin total fertig mit den Nerven. Also die Frage bleibt immer noch im Raum stehen, wo müssen wir jetzt nächstes hin, was müssen wir machen? Weil ich bin jetzt merklich verwirrt. Und vielleicht brauchen wir die Nadel, um in den Raum zu kommen, wo die Lehrer sind, wo man den Code eingeben muss. Ist ja durchaus möglich. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern. So, Leute, ich muss leider abspeichern. Also ich habe auch, ehrlich gesagt, nicht noch mehr Zeit. Tut mir ehrlich gesagt leid. Beim nächsten Mal werden wir definitiv weitermachen. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde mich auch sehr über einen Abo, einen Like oder einen Kommentar. Eurerseits wäre es mir sehr freund. Und wie gesagt, wir sehen uns zum nächsten Mal. Also bis dann und Tschüss.